Die Sonnepaar ist ein Familienunternehmen und Weltmarktführer im Elektro-Großhandel. Die Sicherheit spielt eine sehr große Rolle bei uns, insbesondere auch Kundendaten, die geschützt werden müssen und auch die ganzen Artikeldaten. Man trennt Micro ist an sich schon seit Jahren Bauernzimmer aus. Der wesentliche Unterschied zu anderen Elektro-Großhandlern ist, dass wir ein sehr, sehr ausgereiftes Online-System haben, dass wir eine ausgefeilte Logistik haben und dass wir über ein Lagersortiment verfügen, das andere Elektro-Großhändler in diesem Umfang und mit der kurzen Lieferzeit nicht bieten können. Wir müssen flexibel sein, wir müssen schnell sein und wir müssen skalierbar sein. Wir müssen auch eine Hochverfügbarkeit herstellen, damit eben auch die Ware zu jeder Zeit bestellt werden kann und ausgeliefert werden kann. Und wir müssen auch sicher sein. Das heißt, wir sind sehr darauf bedacht, die Daten, die wir haben, auch sehr sicher zu halten. Und deswegen sind unsere höchsten Ziele Sicherheit und Hochverfügbarkeit. Um diesen Vorsprung zu halten und ihn auszubauen, brauchen wir die Daten natürlich geschützt und haben sehr, sehr strenge Organisationsrichtlinien, wer was wann sehen darf. Wir haben eben nach einem Produkt gesucht, was auf die VMware passt und haben dann eben über die Firma Bull den Kontakt zu Trend Micro bekommen. Und haben uns dann dieses Produkt bei Bull im Solution Center vorführen lassen und haben dann gesehen, okay, dieses Produkt kann einfach nur mehr, kann auch mehr als nur Viren scannen. Und dieses Produkt hat also sehr viele Module, die wir in die Konsole mit einbinden können. Und das ist dann der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, gut, wir können uns das vorstellen und haben dann Proof of Concept mit diesem Produkt und mit der Firma Bull und mit Trend Micro machen lassen. Wir sparen Administration, wir schonen die Ressourcen. Das heißt also, wir haben deutlich weniger Ressourceneinsatz. Dadurch, dass wir das Produkt nur einmal auf dem ESXer laufen haben und wir haben auch an Lizenzkosten gespart. Das darf man auch nicht vergessen. Unsere größte Herausforderung als IT-Gesellschaft ist, unsere Anwender zu verstehen und die Geschäftsprozesse zu verstehen. Der technische Part ist eher auf einer Ebene, wo wir darauf setzen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die diesen Part als tägliches Brot beherrschen, denen wir vertrauen und auf die wir uns verlassen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017